Hallo und willkommen zurück zu Rocket League mit dem Dockdowner Breaks. Hallo. Haha. Der Boost-Geyer ist wieder unterwegs. Sagst du. Sind alle vorbeigesprungen, ich habe mich verwirrt. Und Pell. Fängt doch schon mal besser an wie sonst immer. Der Chili hat heute die Sahne-Tor gewischt. Ich habe meinen Zauber-Eistee getrunken. Ey, deswegen spiele ich so scheiße. Warum hast du noch nicht getrunken? Ey, ich bin direkt vom Geschäft hierher. Der soll das mal machen. Mitte! Irgendeiner! Ja, Kinder. Blöder Hund, du Blöder. Entschuldigung. Ja, der kam wieder angeflogen. Nein, und das war so knapp. Und das war so knapp. Mann, warum Bayer? Dass du nicht so viele Punkte hast. Mir egal, ich brauche die Punkte. Mit Spaß. Jetzt machen wir doch noch Doktor eine Vorlage und dann hat jeder Torfurt. Aber ich brauche keine Sorgen. Oh, ich habe mich nicht überschätzt. Oh, ich glaube, ich habe... Oh, super Doktor. Komm her, ein Vergnügen. Oh, der kommt. Äh, nö. Ah, abwarten. Ah, schade. Ach, er kam. Aber halt nicht jetzt vor. Boah. Kommt Mitte so ein bisschen. Jo, der ist immer noch heiß, wenn es noch jemand kriegt. Ah, ah. Okay, schade. Schaut, schade. Schuhe, kurz, war doch schnell. Ah, kein Boost mehr. Da, der kommt. Ja, komm. Nein. Sind wir schon wieder beide dran vorbeigesprungen? Ja. Mist. Ich kann einfach das Richtige fliegen, nicht richtig. Aber das Rückwärtsfliegen, das kriege ich überhaupt nicht. Geschissen. Ja, da kannst du so mal mehr als ich. Ach. Wichtigste ist einfach nur, dass du sich trauen musst. Genau. Probier's aus. Ich hatte auch bis vor drei Wochen keinen einzigen Error gemacht, weil ich gesagt hab, kann ich nicht. Aber, nein, mehr als schief gehen konnte ich nicht. Komm, Mitte. Ach, Mist. Könnte nochmal. Mitte. Ja, nicht ganz. Kriegst du den? Ja. Okay, der. Ah, der Hund. Bin ich gerade im Tor verfahren? Ja, der ist wieder vor. Au, sorry, Doktor. Bitte. Nein, du warst nicht. Mitte. Mitte. Doch, bitte, kann ich doch gar nicht brüllen. Bitte. Ja, ich bin vorbeigesprungen. Mal schauen, ob Doktor heute Abend heißer ist. Sorry, aber mein Bock. Bad. Nein, 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 nein. Heiser bin ich noch nicht. Dann hol mal jetzt alles raus. Alles. Nein, lieber nicht. Ich glaube, danach bin ich da. Oh, der kommt zu uns. Ich stehe im Tor. Oh, Doktor wurde vernichtet. Oh, hier ist der Kump. Na, da komme ich nicht dran. Nein, da war noch einer dran. Nicht schon wieder der. Autsch, ich wurde weggebollert. Ich kenne gerade überhaupt nichts. Ich habe keinen Boost mehr. Er ist vorne. Ja. Der ist drin. Nein, das hätte ich wussten. Nein, wusste. Nein, daneben. Der kommt Mitte. Wohin denn? Wo ist bei dir Mitte, Mann? Mitte vor das Spielfeld. Nein. Der kommt Mitte jetzt. Oh, ja. Der ist in der Fall. Nice. Oh, Mann. aber kaum wenn ich vorne wieder werden auch dort das Flanken verwertet Prozent 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 die BDF ich könnte doch alles er hätte er nicht heute Prozent Prozent nur außerhalb des Projekte da war es bis zu und auch vorne das falsche fordert es war das machen konnte nein Autounfall im Tor oh nein nicht schon wieder der er geht vorbei Gott sei dank Jo ich fahre auch gerade vorbei aber er auch das sieht lustig aus kein boost jetzt mach jetzt ich schäbe mich langsam ja da warst du auch frei bist du da Chiri oh jo sehr schön der kommt vor oder auch nicht hab ich out sorry bleib hinten oh das ist er jetzt aber was okay aber neun mittelfeldpässe das müssen wir auch mal machen ei 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 schade der wahnsinn der absolute wahnsinn hey ich krieg auch Punkte jetzt ich hab keine Tore geschossen und hab mehr Punkte als hier zwei ja das war gut auf jeden Fall herrlich 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 oh Gott jetzt hab ich auch endlich meine 10 Spiele geschafft jetzt hab ich auch mal ein Level ja endlich Mr. Rabbit achja sooo da gehts mal weiter hier jetzt auf jeden Fall war es schon wieder ein verdacktes Spiel ohja versuch in die Mitte zu bringen ja sehr schön sauer danke euch gut der war gut jetzt zu den gekriegt ne ok so es läuft aber bei uns es läuft zumindest momentan hier nach hinten oh yes der kommt in die Mitte NEIN wie auf der Seite Mache erst mal Pause Doktor Erstmal ein Snickers. Der kommt vor. Kein Boost. Oh, der war nicht prickelnd. Nein! Aber beide. Ich bring nochmal nach vorne. Oh, yes. Oh, der kommt doch raus. Oh, erst mal weg. Schade. Habe ich. Geht aber nicht rein. Boah, ich wurde so stört. Jawoll! Ich habe zwar nichts gesehen, aber war bestimmt gut. Wer hat dann das gemacht? Das würde mich jetzt auch interessieren. Achtung. Ach, er hat dann... Ja, okay. Also, ich finde völlig zu Recht meine Punkte, oder? Ja, ja, ja. Der ist schon erst der rausgegangen. Das kann nicht mehr lang dauern. Bis zum Aufgeben. Oh, yes. Super. Oh! Oh, schön. Autsch. Wir haben schon wieder angepumpt. Sehr schön. Der kommt vor. Ja, aber scheiße. Oh, der hat Doktor. Nein. Mach nix. Der kommt nochmal. In welcher Generation kommt der nochmal? Bitte! Guck! Oh. Ist er doch guck? Da guck in dir an! Schluck jetzt abriegst, das würde ich fast behaupten. So. So. Fauch! Doktor, deiner? Ich war doch mittlerweile vorbei. Nein. Er war auf jeden Fall knapp. Oh, jetzt ist er nur noch alleine, die Außenau. Ist er nur noch alleine? Ja. Na gut. Tut mir leid. So kann ich wenigstens lachen. Ich stehe im Tor. Ah. 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 Doktor, alles gut. Halt die Klappe. Was macht's Gebläse? Halt die Klappe. Halt die Klappe. Halt da? Das ist doch nicht gut! Nein. Ach, leck mich doch! Mach doch den Scheiß allein jetzt! Das kannst du nicht angehen hier! Ich mache jetzt nichts mehr! Du kriegst doch ne Chance jetzt! Halt die Klappe! Nein! 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 Ich werde jetzt diesen Controller hinlegen und werde gar nichts mehr holen! Aber der will der war da Doktor! Boah! Der zählt! Ok! Wann lief er? Keine Ahnung! Ok! Das ist vielleicht so einer, der nicht aufgibt. Finde ich toll. Ja, das tut man sympathischer. Doktor, bist du der Nächsten? Nein! Komm, du stehst mit, Dick. Deiner. Ach, leck mich. Und? Der kommt? An den Pfosten? Ach! Was willst du? Mach ihn rein, du Hund! Ich will keine Almosen von euch! Hör auf! Hu, Hu, Petter, ehrlich! Mein Doktor hat es verstanden mittlerweile, ja? Aber bei dir! Der wäre vorbeigegangen, habe ich gedacht. Ja, ja, ja. Sie, 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 sie. Alle drei. So. Und bitte? Ich bin nicht da. Okay, ich war doch da. Also kriege ich wenigstens Vorlagenpunkte. Siehste, extra für dich. Ach. Aber er ist sympathischer, er gibt dich auch, ja? Und eigentlich sind wir ziemlich unsympathisch für die drei, weil wir zu dritt immer weiterspielen. Alles für die Aufnahmen, dann könnt ihr nicht stehen bleiben. Jetzt fahrt alle drei zurück. So. Achtung. Nochmal. Auf jeden Fall von dir. An dem Pfosten. An den 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 Pfosten. Jetzt. Jetzt. Es ist so tragisch, weil ich ihn einfach nicht drehehehehe. Es ist so doof. Oh, sorry. der war blöd der passt warum spiele ich noch mal mit euch weil du uns lieb hast was habe ich du hast uns lieb was habe ich? ich kann grad nicht reden aufs maul ey man komm jetzt die Bulogs wie auch immer du weißt es ist nicht okay ich würd auch was sagen jetzt noch ja das war so gut ich würd sagen da war's für diese Folge wenn's euch gefallen hat bis dahin tschüss 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 halt los die ich jetzt nur Vielen Dank.